Ahoi! 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 Entschuldigung. Ahoi! Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Der spricht wie ein Pirat-Tag. Ahoi! 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 Entschuldigung. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Kann das nicht sein? Kenn ich nicht. Sprich, wie wer? Warum gibt's dafür einen Tag? Was ist das für ein Scheiß? Lieblingstaste, enter! Ja, na klar, finde meine Kollegen das toll, wenn ich hier ein bisschen Piratenstimmung reinbringe. Aber ich trinke mich los. Arrrr! Und erst recht die Kunden lieben es. Ich glaube, manche rufen extra deswegen an, um mich zu hören. Ahoi Matrose, du sprichst mit Kapitän Totten. Ich und meine Piraten, wir haben das hier gekappert und wir werden jetzt reiche. Hallo? Hallo? Eine Kette? Du wagst es? Wie soll ich da noch mein Schiff vor Acker legen? Arrrr! Meuterei! Du willst einen Mantel? Es gibt hier nur einen einzigen Mantel und den trage ich der Kapitän. Sag, was willst du kaufen? Haben wir einen Deal oder nicht? Sonst knüpfe ich dich hier am Mast auf. Ja! 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 Klar, für den Kapitän werden wir alles tun. Das ist ja selbstverständlich. Da wird nicht groß gefragt. Arrrr! Ach! Was ein schöner Tag. Setzt die Segel! Gratze, mein Tarn! Thorsten, jetzt komm runter! Käpt'n Thorsten! Arrrr! Ich freu mich schon auf nächstes Jahr! Sprich auch du wie ein Pirat und abonniere unseren Kanal jetzt! Sonst schiff ich dich über die Flanke! Spricht der wie ein guter Pirat? Ich glaube nicht.